Also... Ist keine Waffe oben ey, das ist echt ein Witz Scharfschützen, natürlich Mann, mit der Shotgun machst du nichts ey Hast du eine Fotzenwaffe, Brokely, da findest du die 1, die Waffe, die findest du eine Shotgun Alles klar, Bruder Gott, bin ich schlecht, also irgendwas ist heute anders als sonst Hier sind Kinderkisten, Alter Ach... Keine Waffen, keine Küsten Achten... 468... Und keiner hinter dir? Mann, ich hab auch nichts Was? Wenn du keine Waffen findest, auf der ganzen Karte gibt's keine Waffe oder was? Der hat schon eigene und der ist zu dem nämlich zu holen damit Ich hab noch Platten... Warte, ich leg mal ab Eine Platte hatte ich schon 48.000 gefunden Was? Was? Und der hat auf das Ding schießen? Bist du da was? Äh... Ich hab schon mal vor Was? Was? Wer würdest du immer denn sonst damit machen? Naja, die sind zum Tanken Wenn du mit dem Fahrzeug gefahren solltest Das ist ein... Cool, Alter, machen voll Fehler Polistisch Aber die sind jetzt die scheiße benutzt Was? Das wird mir die 48 Stunden rumfliegen Hier ist ein Gamer Ohm immer noch zwei Bist denen seiner Rahmen so viel geiler als meine Tja Wir sind oben Mist denen seiner Rahmen so viel geiler als meine Die ruckelt ja in Null Und auch die Hamer Die hier in die Baut, Alter Das wird echt scheiße, dass wir überhaupt hier nicht sehen können. Runter hier, du Affe. Stunt. Was ist denn der scheiß Sänger? Ich denke, das ist ein Finisher. Jawoll. Wer ich weggesnipet, das war mir wert. Du mein Wohre, deinen Freund habe ich noch erwischt. Das wird wert, ja. Der hatte nur die Tür, der da gelandet ist. Aber ich weiß nicht, ob der looted da wahrscheinlich jetzt. Guck, oder wie die Steps so... Der rennt da, wo ich... Die landen da wieder rein, wo ich gestorben bin. Jetzt warten, dass du wieder da bist. Was? Na ja, wo ist denn der? Da. Ich kann die Steps nicht lokalisieren. Ein Shieldbreak. Sind immer noch draußen. Die Jungs, jetzt setzen sie sich hoch. Was das bekommt für den Bastard? Die anderen. Die anderen sind jetzt oben. Oben. Ich geh mal hoch. Ja. Der ist hier noch über uns. Ah, der ist hier mit der her gesprungen. In oben? So, ich habe ja nur 22 Schuss. Ja, ich komme. So, ich... Ich brauche ja keiner mehr hier. Hier schwebt die nach. Down. Oha. Oha. So, mit meiner experimentellen Waffe hier. Ich habe hier die, äh... Milano hier haben wir nachgebaut. Ach ja. Wie früher. Wo wird das ja nicht so schlecht. Wo hast du denn deine Waffen? Da ist doch das Lot aus deinem. Wir haben hier gelandet. Ach, da warst du dann alle. Ach, das hat Gott niemand gekriegt. Du kannst da herangehen. Ich weiß nicht. Also... Warte ich hier. Hm... Ja. Ich leg mal die Waffen ab. Die sind hier ziemlich gut von denen. Shit Break auf dem Boot. Erstmal die Waffen spielen, wenn du Bock hast. Die ruckeln 0,0. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber behalt die doch. Ich spiele jetzt erst mal mit. Ah, ne. Das geht, ne. Ich bin ohne Waffen. Die kämpfen sehr ab. Die kleinen Hurenlocken. Einen down. Hm. Wie ist es da rumstehen und abcampen? Wahnsinn. Es ist ne Blend gewesen. Ich bin eher dumm. Sind die da noch? Ja. Ja, Alter. Spring doch ins Wasser ein. Du dumme Hure. Meine Fresse. Was für ein Wasser. Die sind da oben auf dem Dach drauf, oder? Äh, ja. Na ja. Geh jetzt in die Hausbote mal rein. Ich hab nischt mehr. Ich hoffe ich noch ankommen an Slowdown. Ich hab so wenig Munition hier mal mit, ey. Ich hab so wenig Munition hier mal mit, ey. Ich hab so wenig Munition hier mal mit, ey. Oh, die sind hier unten. Oh, die sind hier unten. Ah. Schon gesehen. Ich hab auch nur noch 8 Schuss. Cool. Jetzt sind sie da rein, ey. Policestation ist auch wieder einer. Ich glaube der ist unten drin, ne? Ich brauch die Munition, oh. Das ist zu wenig. Kommen noch welche. Sowohl weg, oder? Na los, kommen hoch, ja. Oben. eigentlich auch schon mal weiter zu spät und zu zweit sind diese lobbies eindeutig besser als zu dritt finde ich gerade geht es auf jeden fall ist man als deutlich konzentrierter spielen wir sonst hier rund zu ende sind auf jeden fall ja das landet hier kommen wir hoch kommen die treppe auch ja shit break in kapitän in gestickt down muss es nachladen habt ihr doch schön geil gemacht wo wir einen shop gefunden was kommt aber hier kommt der shop kann man was holen jetzt noch mal geld ablegen ich steppe da noch einmal ins wasser hier ja lasst du ins wasser gehen vielleicht unter der brücke erstmal jetzt zieht es wieder nichts so unten ins stadion rein hier können wir erstmal hoch die leiter hoch sind auf jeden fall hier drin da war er schon in dem gang hier drin rechts 2 down stark gemacht schön am fenster gekämpft kommen noch welche über uns am fenster können wir auf jeden fall mal gucken ich hoffe die machen sprung jetzt mal die weg klein das ist doch mal nur ich den selben fehler machen oh prezi jetzt haben sie dings geworfen trifft gar nix hier hier unten ist er trifft die nix arm 2 3 3 4 3 4 4 4 5 5 7 ja noch ein dach das war ein südhaus nein steht vielleicht da unten die waffe ohne visier ist hier echt hier kommt die noch ausgenommen links außenrum würde ich sagen ganz links außen das müsste nichts sein noch mal durch die kolben hat mein herzschlag sind somit ja links ist nix also was hat ihr im geist wahrscheinlich möchte mit der zone erst erst so hin gehen hinter uns was ist ja genau da vorne und hier ist einer gelandet hier kann man erst mal bleiben ja hier kann man gut in den links und gucken und auf dem spielfeld wie kann er mich durch den rauch sehen was ist denn das für ein cheater junge bitte hure wallhack ja dann nicht aber er sieht kann durch den rauch durchgucken ganz klar und bei mir ist alles blockiert sehr lustig alter geil dass er dadurch gucken kann ohne probleme ach das ist ein scheiß dreckspiel hier nochmal zum shop glaube ich oder nimmst den drüben ah ne mit maske schaffst du nicht wahr wo ist das ding hier hier ich weiß nicht wie man unter wasser schießt das ist so dumm man es ist so dumm siehst du mich wie kann man denn da kein road killen das ist schwerer da kein zu road killen alter ist jetzt schlecht das ist ja so schlecht das ist schon wieder von mir gewesen einfach nur hey krass krass da vorne kann man nixer ah mein ne schade die war auch kalt so ein duo ist ein trio ja mach nochmal hier erneut ja 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 ja